Hey ihr Lieben, ich bin Sebastian Herzen, ich bin der Gründer von Makaka on the Run, dem Alltagsschutz für das 21. Jahrhundert. Ganz neuen Autos aktuell, alle haben die Keyless-Funktion und man kommt ans Auto ran, dann drückt das Auto auf, wenn man den Schlüssel hat. Bei uns ist er in der Tasche, er ist drin, er ist geschützt und jetzt zeige ich es euch ganz einfach mal. Sobald der Autos rauskommt, wir haben auch gleich dran gedacht, ihr seht, der Spiegel geht ab, das Auto lässt sich öffnen, das Auto lässt sich auch verschließen, Spiegel geht wieder ran, ihr steckt den Schlüssel in die Tasche, es kann euch keiner die Daten aus der Tasche ziehen, das Auto klauen. Ihr schaut, es passiert einfach nichts, Kupplung treten, Bremse treten, schaut hier auf unser Display, Key not detected.